Hallo liebe Yogis, ich bin die Tina und gleich kennt ihr mich von der KSV Baunertal, da bin ich Yoga-Teacher schon seit drei Jahren und ich darf heute mit euch eine halbe Stunde Yoga praktizieren. Für diese Yoga-Einheit, da braucht ihr eigentlich nur eine Matte oder könnt ihr euch zu Hause einen Teppich auf den Boden hinlegen, also da eine Unterlage, könnt ihr auch draußen durchführen, die Yoga-Einheit. Und ja, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß und komm langsam an auf deiner Matte, setz dich gerne in einen Schneidersitz rein und wir starten erstmal ganz entspannt mit Atmen. Ganz wichtig, erstmal hier atme ein und wieder aus und komm erstmal bei dir hier auf deiner Matte an. Ganz entspannt atme sich durch die Nase ein und wieder aus. Schließe dabei gerne deine Augen und achte dabei gerne, dass du immer noch in der Aufrichtung deiner Wurbelsäule bist, dass deine Hände entspannt auf deinen Knie und Oberschenkel ruhen und dass du erstmal nur für dich ein- und ausatmest. Spüre, wie du einatmest, wenn du an Frieden und Kraft denkst. Und spüre, wie wenn du ausatmest, dass du einen Ballast loslässt, der dich heute so gefolgt hat, wenn du einfach loswerden willst. Bleibe hier noch für einige Atemzüge erstmal ganz bei dir und guck immer mehr und mehr in deinen Inneren an. Und atme. Und gerne, wenn du das nächste Mal ausatmest, wieder einatmest, verlängere bewusst deine Einatmung. Halte für einen Moment und atme dann durch die Nase voll, steck wieder auf. Verlängere deine Einatmung. Halte für einen Moment. Und atme verlängert, wieder aus durch die Nase. Gerne drei weitere Atemzüge ganz für dich in deinem Atemrhythmus. So, dass du auch hier spürst, dass du ruhiger und ruhiger jedem Atem zugehörst. Und dich einfach nur auf dich konzentrieren kannst. Kraft für dich, jetzt sammelst du hier und ganz bei dir bleibst. Gäbe mit der nächsten Einatmung auf die Seite von deinen Augen. Und lass deinem Lied wieder ganz klar werden. Werde präsent in dem Raum. Und ganz langsam vor dir ausstarrte Einatmung mit den Händen über die Seite. Also dich bald nach oben streckst, Blick folgt. Und ausatmend, Arme neben deinem Körper. Atme ein, Arme weiter, umstrecken, Blick folgt. Und ausatmend, Arme neben deinem Körper. Einatmend, noch mal weiter, umstrecken, press jetzt die Handflächen fest zusammen und ausatmend, kommst du mit gepressten Handflächen vor deinem Brustkorb. Atme ein, weise nach oben strecken, Blick folgt. Und mit gepressten Handflächen vor deinem Brustkorb. Ein letztes Mal, weise nach oben strecken. Und presst in der Handflächen fest vor deinem Brustkorb. Kommt hier an. Und ganz langsam vor dir aus noch mal ein, an und weise nach oben strecken. Und nimm jetzt die rechte Hand. Nehm dir links, streckst dich noch mal weiter nach oben. Und atme aus. Dehnt sich dabei zu deiner rechten Seite. Atme ein, bleibst hier, die Länge deines Rückens. Und ausatmend, beugst du dich mehr zu deiner rechten Seite. Achte auf jeden Fall darauf, dass du deine linke Schulter, ihr nach hinten gezogen bist, link die Gesäße, fest dein Boden. Und mit der nächsten Einatmend kommst du mit beiden Armen weit nach oben. Und ausatmend, wechselst du die Richtung. Einmal rechte Handflächen nach oben strecken und ausatmend, dienst du dich zur Seite. Atme ein, bleib hier. Atme aus, dehne deine rechte Flanke und dreh dich weiter auf deiner linken Seite. Schultern weg von den Ohren. Ganz langsam hier einatmet, weiter oben die Arme nehmen. Und ausatmend, Arme nehmen den Körper. Lockere die Arme hier kurz, bleib mal mit aus. Und komm in deinen ersten Vierfüßlerstand. Für deinen ersten Vierfüßlerstand platziere deine Handgelenke unter den Schultergelenken. Deine Knie sind Hüftelbreit auf. Aufgestellt, Bauch ist leicht aktiv, dass dein untere Rücken geschützt ist. Wir starten mit dem Kettkau. Bring dabei einatmend, dein Brustkopf nach vorne. Hebe dein Herz, atme ein. Atme aus, runde deinen Rücken, Kinn, Richtung Brustkopf. Komm zu deinem Katzenbruch. Atme ein, Brustkopf führt, leichtes Wohlkreuz. Atme aus, runde deinen Rücken, steißbein, zieh nach unten, Kinn, Richtung Brustkopf. Auf und dabei nach oben ziehen. Atme ein, Brustkopf führt. Und aus, atme, runde nochmal. Ein letztes Verschödel. Komm in deine neue 3, 4, 5 Position und bring deine rechte Hand. Nehm dein rechtes Ohr, linkes Bein weit nach hinten. Level deine Hüfte, gerne drehe sie leicht links rein. Ein bisschen, dass du auch merkst, dass du ganz gelevelt bist. Deine Ferse drück, gegen die Imaginierung, Wanden nach hinten, Zehen, Zeigen nach unten. Dein ausgestellter Arm, Daumen hoch, kleine Finger nach hinten, nach oben. Atme ein, zieh dich in die Länge. Atme aus, Ellen hoch, Knot am Bauch, runde deinen Rücken. Atme ein, nochmal die Länge ziehen. Atme aus, Ellen hoch, Knot am Bauch. Einatmen, weit in die Länge ziehen. In, ausatmen, der Bauch. Einatmen, die Länge ziehen. Und das entscheidet für dich, ob du jetzt hier noch für ein paar Atemzüge bleiben magst. Oder ob du dein linkes Bein anbolzt, mit deiner rechten Hand dein Fußgelenk schnappst, in die Tigerposition rein gehst, einatmen, Blick weit nach oben richten, nach vorne richten. Ausatmen, die Bleihänge. Einatmen, Brustkopf schön öffnen. Rechte Arme gestreckt, ausatmen, die Bleihänge. Du atmest ganz ruhig ein und aus hier. Durch die Nase gerne. Sie führt dich durch deinen Arzt in der Praxis. Den nächsten Einatmen, zieh dich diagonal auseinander. Und ausatmen, wir kommen alle in den Vierfüßlerstand. Tag an die Zehenspitzen auf, Gesäß Richtung Ferse, setz dich drauf. Einmal kurz die Hände auslockern. Ganz entspannt, keine Achten, drehen, auslockern. Du, wie es für dich angenehm ist. Jetzt kommen wir in den Vierfüßler wieder. Wechsel die Seite, linke Hand neben dein linkes Ohr, rechtes Bein nach hinten. Level auch hier nochmal ganz bewusst deine rechte Hüfte. Du bist ganz gerade ausgerichtet, Bauch aktivieren. Linke Hand weit nach vorne strecken, Ferse hinten gegen die mangelenäre Wand drücken. Atme ein, streck dich in die Länge. Atme aus, runde deinen Rücken, Ellbogen knick zusammen. Atme ein, in die Länge strecken. Ausatme, runde deinen Rücken. Einatme, schön in die Länge. Ausatme, runde dich. Bleib der nächsten Einatmung schön weit gestreckt. Und entscheide für dich, ob du hier bleiben möchtest. Und auch hier gerne ein rechtes Bein anbeugst. Mit deiner linken Hand deinem Knöchel fass. Und auch hier einatmen, Brustkopf nach vorne. Schön hochheben, Brustkopf, Herz. Öffnet sich, anheben. Lass dich auch in die Sack einzeigen. Bleib mit dem Blick weiß nach vorne, dass du mit dem Raum gestreckt. Und atme ganz entspannt ein. Ausatme. Lächeln dabei nicht vergessen. Und atme nicht heiß. Den nächsten Einatmen, zieh dich noch mal schön auseinander. Und Arme, satme neutral auf vier Füße. Tattere die Zehenspitzen auf, gesessen Richtung Ferse. Wieder kurz nochmal deine Hände. Kleine Achten drehen. Wir gehen auf vier Runde rein. Diese Plantat-Faszien-Dehnung der Fußfläche. Bleib auch hier für einen Moment in der Dehnung. Und gleich in der Gegenposition. Einmal kurz setzt du dich in deinen Fersensitz. Schau, ob das gut für deine Knie ist. Oder ob du hier gerne noch ein Stück weiter gehen magst. In die Fußspanndehnung. Achtendehnung. Deine Hände hinter dich platzieren. Und einmal die Knie weg von dem Boden. Brustguck ist total locker. Du gehst nur auf den Fußspann. Und auch wieder schön dehnen. Und ganz langsam von hier aus kommst du wieder in deinen Vierfüßler. Gerne noch auf den Fußspann ausklopfen. Und hier bleiben. Mit der nächsten Einatmung hebst du dir seinen rechten Arm über die Seite. Weit nach oben. Und ausatmend gehst du durch dein Nadel gehör. Rechte Hand unter deinem Lied. Atme ein, weise nach oben strecken. Atme aus. Und durch dein Nadel. Ein, weise nach oben strecken. Ausatmend. Jetzt legst du deinen Kopf auf den Boden. Durch den Schläfer hinter dem Kopf. Deine rechte Hand ist ausgestreckt. Und du bleibst hier für zwei Atemzüge. Ganz entspannt. Und kommst du beim nächsten Einatmung. Der rechte Hand weit nach oben streckst. Den Blick folgt. Ausatmend. Neutraler Vierfüßler. Atme ein. Linke Hand weit nach oben strecken. Atme aus. Linke Hand durch dein Nadel. Blick folgt der linken Hand. Einatmend. Weit nach oben strecken. Ausatmend. Geh durch dein Nadel. Einatmend. Einatmend. Weit nach oben strecken. Ausatmend. Legst du deine linke Hand auf den Boden. Dein Kopf kommt zwischen Schläfern. Hinteren Kopf auf den Boden. Deine linke Hand ist total entspannt. Locker auf den Boden. Und du bleibst in dieser schönen Schulterdehnung. Noch für ein, zwei Atemzüge genießt. Auch hier. Gesamte Dehnung. In der Drehung. Und ganz, ganz langsam mit deiner linke Hand wieder weist. Da oben einatmend streckst du dich. Ausatmend. Hand wieder auf den Boden. Vierfüßler. Tacke jetzt deine Zehenspitzen auf. Wir kommen in unseren ersten herabschauen. Mund. Knie weg von dem Boden. Ganz langsam nehmst du dein Gesäß weit nach oben. Streckst du dich. Streckst du dich hier nochmal. Und findest ganz langsam an. Den Fersen auf und ab zu pendeln. Dich hierzu einzurichten. Gerne bewege dich hier wie eine Katze. Ganz geschmeidig führe ein paar Übungen durch. Dass du hier langsam in deine Dehnung reinkommst. Ganz bewusst dich aufwärmst. Die Oberstelle Rückseite dehnst. Ganz vorsichtig. Und von hier aus beginn nach vorne zwischen die Hände. Die Knie sind hier leicht gewollt. Komm mit deiner Wehre richtet nach vorne. Die halbe Vorwolle einatmend. Und ausatmend. Tiefe Vorwärtsbeugung. Nacken ist vollkommen locker. Schleudern sind entspannt. Einatmend. Langsam mit gebeugten Knien. Hände über die Seite. Kommst du weiter um. Streckst dich. Atme es ein. Den Fersen auf. Atme es aus. Lass deine Arm. Atme es ein. Hände mit die Seite weiter nach oben. Atme es aus. Komm noch mal in die tiefe Vorwärtsbeugung. Beine schön gebeugt. Lass du den Nacken erst locker. Einatmend. Halbe Vorwärtsbeugung. Ausatmend. Tiefe Vorwärtsbeugung. Einatmend. Hände über die Seite mit gebeugten Knie. Langsam komm nach oben. Streck dich. Blick voll. Ausatmend. Einatmend. Halbe Vorwärtsbeugung. Beine gebeugt. Hände weg von dem Gesetze. Atme ein. Komm langsam nach oben. Streck dich. Blick voll. Atme aus. Kaktusatmend. Daumen zeigen nach hinten. Brustkopf schieben nach vorne. Bleib liegen. Atme ein. Noch mal weiter nach oben. Streck dich. Ausatmend. Hände mit dem unteren Rücken. Die Arme verschränken. Komm in eine leichte Rückbeugung. Atme ein. Und ausatmend. Komm von einer tiefe Vorwärtsbeugung. Die Hände weg von dem Gesetzen. Nacken. Lässt locker. Bleibe hier noch für einen tiefen Atemzug. Und dann ganz langsam von hier aus. Mit gebeugten Knie. Kommst wieder nach oben. Löst die Hände. Streck dich. Blick voll. Schieb dich nach oben. Atme ein. Und ausatmend. Tadassana. Atme ein. Hände über die Seite. Weiter. Atme aus. Tiefe Vorwärtsbeuge. Atme ein. Halbvorwärtsbeuge. Atme aus. Setz die Hände auf den Boden. Rechts Bein. Ganz weit nach hinten. Atme ein. Brustkopf führt. Lange nach Rücken. Atme aus. Leg das Bein nach hinten. Schottelwärm wieder nach hinten. Handgelenke sind unter den Schultern. Bauch ist aktiv. Atme ein. Bleib hier. Atme aus. Über die Knie. Langsam legst du deinen Körper. Richtung Boden. Atme ein. Schieb dich raus in die kleinen Huber. Atme aus. Stirn Richtung Boden. Tag mit den Zehenspitzen auf. Besessen Richtung Ferse. Das Abstandelbund. Ganz entspannt hier. Die Ferse nochmal auf- und abpeddeln. Kopf. Ja, 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 nein, nein. Ganz locker nach hinten. Nacken. Denk an deinen Gekko-Finger. Bein ist gleich gebeugt. Leg geht nach vorne. Atme ein. Komm nach vorne. Die Halben vorwärtsbeugen. Mit den einen oder anderen Stücken. Atme aus. Tiefe vorwärtsbeugen. Runde. Atme ein. Hände über die Seite. Und langsam nach oben strecken. Richtig. Atme aus. Tadassina. Bleiben hier für zwei Atemzüge. Gern die Augen geschlossen für einen Moment. Roll dich auf die nächste Seite. Atme ein. Hände über die Seite. Bein hoch. Streck dich. Atme aus. Tiefe vorwärtsbeugen. Atme ein. Halb vorwärtsbeugen. Atme aus. Hände Richtung Boden. Linkes Bein weit nach hinten strecken. Atme ein. Brustkopf führt. Lachen. Atme aus. Rechtes Bein nach hinten. Schattung an Gattandassina. Handgelenke unter Schulter. Atme ein. Bleiben hier. Atme aus. Über die Knie. Und der gesamte Körper legt sich leise Richtung Boden. Atme ein. Roll dich raus in die kleinen Kumpel. Atme aus. Blinge über die rechte Schulter. Atme ein. Blinge zur Mitte. Atme aus. Blinge über die lindere Schulter. Atme ein. Atme ein. Blick zur Mitte. Atme aus. Stirn Richtung Boden. Takke die Zehen nach dem Boden fest. Gesessen Richtung Ferse. Komm in dein Herzen. Schau in den Mund. Gerne hier. Pelle noch mit den Fersen. Auf und ab. Mach dich ganz entspannt. Ganz gespannt. Kopf ja, ja, nein, nein. Schultern weg von den Ohren. Oberarme rotieren nach außen. Gesäß. Die höchste Stelle. Deine Hände haben zehn Finger, die alle gleichmäßig auf dem Boden abgelegt sind. Zwischen Daumen und Zeigenfinger ist dein Hände. Beuge langsam deine Beugen. Deine Beine wieder wieder an. Langsam Beine an Beugen. Geht nach vorne zwischen die Hände. Komm mit anderen mehreren Schritten nach vorne in die halbe Vorwärtsbeuge. Atme ein. Atme aus. Tiefe Vorwärtsbeugen. Atme ein. Hände in die Seite. Weine Ohren strecken. Atme aus. Tadassana. Bleiben wir auch hier noch für zwei, drei Momente. Und schau auch hier, wie es dir gerade geht. Wie du dich gerade fühlst. Jetzt machen wir nach der ersten leichten Anspannung. Geh auch hier den Abend wieder ruhiger und ruhiger jetzt wird. Wie der ganz bei dir ist. Wunderbar aufgewärmt. Und dann lieber es ganz locker. Einmal kurz auslockern insgesamt. Und wir kommen mit unseren Bauch. Für den Bauch würde ich dich erstmal ein rechtes Bein zu erinnern. Indem du den rechten Fuß schön auf dem Boden hast. Schiebst du einmal einatmen alle Zehen weit nach oben. Und über außen nach innen jeden einzelnen Zeh auf dem Boden festsetzen. Fuß auskantet, Ferse schön platzieren in den Boden. Kniescheibe hoch leicht anziehen. Oberschenkel aktivieren. Wir kommen mit unserem Bauch. Dafür nimmst du deinen linken Fuß an den Knöchel, an die Waage. Oder bitte lächelte der Hand in die Seite des Oberschenkels. Linkes Knie tendiert nach links aus. Rechte Gesäßhälfte aktivieren. Gerade auf rechter Rücken. Und auch hier, wenn du fest und stabil stehst, nimm deine Hände in diese Haltung, wo du gerne möchtest. Sei es von dem Brustkopf über den Kopf geöffnet oder geschlossen. Den Blick gut auf einen Punkt auf den Boden oder schnell aufhauen. Und du atmest ganz entspannt hier für mehrere Atemzüge. Bleibst hier. Und atmest durch die Nase ein. Und durch die Nase wieder aus. Schultern sind dabei ganz weich. Der Blick ist locker. Ganz ruhig. Ganz langsam von hier aus. Löse. Wieder diese Asse auf. Einmal kurz einmal ausschütteln. Und wir wechseln die Seiten, indem du deinen Fokus auf deinen linken Sagen platzierst. Linken Fuß schön erinnern. Zehenspitzen weiß nach oben ziehen. Über außen nach innen. Hier in einem einzelnen Zeh ablegen. Fußaußenkante, Ferse schön geerdet. Bist du hier ein Gecko auf der Matte. Kniescheibe leicht nach oben ziehen. Oberschenkel aktivieren. Und nimmst du deine rechten Fußsohle. Knöchel, Wade. Oder mit Hilfe der Nachhand in die Innenseite des Oberschenkels. Klär gerne die gleiche Asana halbe wie vorhin. Und auch hier, wenn du fest und stabil stehst, nehmen wir die Handhaltung wie auch vorhin. Achte auch hier darauf gerne, dass ein rechtes Knie nach rechts außen tendiert. Dass deine linke Gesäßhälfte wunderbar aktiv ist. Blick rot. Ist ganz entspannt. Schultern weich. Blick ganz liebevoll, dankbar nach innen gerichtet. Und du atmest einfach durch die Nase ein. Und durch die Nase wieder aus. Bleib noch hier für zwei, drei entspannte Atemzüge. Und ganz langsam von dir. Löse auch den Baum, Virkassa, wieder auf. Einmal kurz ausschütteln. Wir kommen zu unserem Virkassa, zu unserem Nataliasa, zu dem Tänzer. Mit dem Tänzer bitte ich dich, dass die Beine parallel neben dir stehen. Lass du mit deiner rechten Hand, deinem rechten Fuß, mit der Hand nimmst. Schultern sind zu weit und locker. Dein Fuß ist beugt, Zehen sind geflext. Nimm gerne deine linke Hand frei nach vorne. Nutze gerne einen Mudra, einen Chin-Mudra. Bleib hier noch ein bisschen tief einatmend. Und ausatmen. Und dann presst du fest den Pudu oder dein Fußgelenk in die Hand. Hebst die Hand mit dem Oberschüttel weit nach oben. Entscheidest für dich, ob du hier bleiben magst oder ob du dich hier beugst. In deinen Nataliasana. In deinen Tänzer. Du bist auch hier ganz ruhig auf den Boden platziert. Du atmest ein und aus. Und kommst mit der nächsten Ausatmung ganz langsam wieder in deine Ausgangsposition. Schüttelst dich kurz aus. Wechselst die Seiten. In dem Rennen, in der Aktivität, auf dein rechtes Bein verlagerns. Deinen linken Fuß, wenn deine linken Hand nimmst oder dein Fußgelenk. Je nachdem, was du fassen kannst. Und auch hier gerne für dich, finde es in deiner Ruheposition, deine Zertrierung. Und dann, wenn du gerne weiter gehen magst, nehme deine rechte Hand weiter nach vorne. Gerne auch viel das Mut reinnehmen. Atme da mit tief ein. Hier. Und ausatmen. Press dein Fußgelenk fest in die Hand hinein. Hebe da bei den Oberschüttel weiter, weiter, weiter. Und gerne für dich, achte darauf, ob du hier gerne die Leiden magst. Oder ob du dich gerne verleiden magst mit deinem Vatara Yasana. Und du atmest auch hier ganz entspannt, ganz ruhig. Blick es liebevoll nach dir innen gerichtet. Atme. Ganz langsam. Mit der nächsten Einladung kommen wir wieder nach oben. Löse die Asana auf. Rundel dich und schüttel dich noch einmal. Und von hier aus ganz entspannt kommen wir nochmal nach vorne. Einen kleinen Flau. Wir kommen nochmal zu unseren Sonnengrüßen. Sonnengruß an. Zurück in der Mascara. Und auch hier werdet ihr sehen. Zehn Lehrer, zehn Sonnengrüße unterschiedlich. Gerne achtet. Das soll auch wenn ich das gerne mache. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Und euch mein Gast auf eure Sonnengruß. Zurück in der Mascara. Dabei, endlich im Vortritt in deiner Matte zu stark. Deine Füße sind parallel ausgerichtet. Fußbinden können parallel. Große Zähne berühren sich, wenn du magst. Fersen leicht nach außen. Und auch hier gerne die Kielschneiderung. Anspannung. Deine Oberschenkel aktivieren. Steiß dein Ziel nach unten. Schambein leicht nach hinten. Und gerne eine Geschmitte bereuen. Die Arme sind neben dir ausgestreckt. Leicht angespannt. Atmest du hier ein. Lange Wirbelsäule. Bleibst du kurz ein. Und hier. Atmest ein. Wieder aus. Ganz kraftvoll. Mit der nächsten Einatmung. Nimmst du die Hände in die Seite. Beide umstreckst. Den Blick folgt. Atmest aus. Kommst in eine tiefe Vorhandsbeuge. Atmest ein. Halb. Vorhandsbeuge. Atmest aus. Hände auf den Boden. Chaturanga Dandasana. Handgelenke unter Schultergelenken. Atmest ein. Bleibst hier. Atmest aus. Über die Knie. Langsam lehst du dich Richtung Boden. Ab. Oberschenkel aktivieren. Schulspann liegt auf dem Boden. Atmest ein. Kommt heraus in die kleinen Kupfer. Und atmest aus. Stirn Richtung Boden. Tag wieder die Zehenspitzen auf. Gesessen Richtung Ferse. Herabschauender Hund. Nimm zwei tiefe Atemzüge. Denk an die Gecko-Hände. Dann gesessen die höchste Stelle am Körper hin. Blick nach vorne. Und inzwischen die Hände. Die Knie sind gleichgebeugt. Kommt ein. Dann wieder eine Wirre. Und nach vorne. Die halbe Vorwärtsbeuge. Gerade. Atme aus. Tiefen Vorwärtsbeuge. Runden. Atme ein. Hände. Die Seite weit nach oben strecken. Gefolgt. Atme aus. Tatasana. Atme ein. Hände. Die Seite weit nach oben strecken. Atme aus. Kommt in eine tiefe Vorwärtsbeuge. Atme ein. Halbe Vorwärtsbeuge. Atme aus. Hände auf den Boden. Und komm wieder in dein Schatten. Runden. 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 Schau nach unten. Gerne nochmal auf- und abtämmen mit den Fersen. Schultern weg von den Ohren. Oberarme. Rotieren nach außen. Blicke wieder nach vorne. Zwischen die Hände. Die Knie sind gleichgebeugt. Kommt mit ein. Und mehr Schritt nach vorne. Wieder eine halbe Vorwärtsbeuge. Atme ein. Atme aus. Tiefen Vorwärtsbeuge. Atme ein. Hände. Die Seite weit nach oben strecken. Blick vorwärts. Atme aus. Talasana. Bleiben hier in einen Moment. Atme mit beiden wieder aus. Und dann guckst du von dir aus in einen guten Katastern an deinen kleinen Stuhl oder auch Blinz genannt. Deine Füße sind ganz nah beieinander. Du nimmst deine Hände und die Seite weit nach oben. Atme ein. Blick vorwärts. Und ab und aus. Du setzt dich auf deinen kleinen Stuhl. Immer näher hin. Achte es dir darauf, dass deine Knie nicht über die Zehenspitzen wandern. Dass deine Arme neben die Ohren umfällig sind. Dass dein Steißbein gleich nach unten zieht. Bauchnabel nach innen. Du möchtest deinen unteren Rücken hier schützen mit dem Bauch. Bis ganz gerade. Gliessen. Noch ein Stückchen tiefer. Atmest noch mal tief ein. Hier. Und wieder aus. Gerne. Oberschüttel. Knie fest zusammen. Atme noch mal hier tief ein. Lange Wirbelsäule. Atme aus. Tiefe Vorwärtsbeuge. Atme aus. Halbe Vorwärtsbeuge. Atme aus. Herabschauung. Und damit wir uns noch mal ein bisschen mehr aufwärmen heute. Damit es ein schöner kleiner Freiler Abschluss noch wird. Bitte dich jetzt noch mal ganz entspannt. Ein bisschen einatmen. Um nach vorne zu kommen. Mit deinem Schall. Rhein-Ber-Daz-Salaam. Und von hier aus mit dem Unterarm auf den Boden abzugeben. Wir kommen in die Version Unterarm. Schau. Rhein-Ber-Daz-Salaam. Wollen wir den Chor. Mitte schön kräftig und kurz halten. Atme noch mal hier tief ein. Wieder aus. Und bleibe die Sie für einige Atemzüge. Dabei achtest du drauf, dass die Fersen tendenziell nach oben sich ausrichten. Dass seine Zehenspitzen auf dem Boden fest dagegen drücken. Dass seine Schultern nach außen und runden sich drücken. Unterarme fester in den Boden. Dabei atem ein bisschen ganz entspannt. Ein und aus. Und bleibst du noch hier für leckere Acht-Atemzüge mindestens. Bleibst hier. Achtest weiterhin drauf, dass der Bauch stabil ist. Dass du die Oberschenkel nach innen rotierst. Noch ein bisschen mehr Kraft in die Unterarme rein gibst. Steißen, wenn du noch mal leicht nach unten ziehst. Den Bauch noch mal leicht aktivierst. Bleib in deiner Anspannung. Atem noch mal für einen intimen Atemzug hier ein. Und aus. Über die Knie langsam legst du dich auf den Boden nach Füßen. Rett links, leg die Matte auf der Fußbodenkante. Nimm seine Hände nach vorne über Kreuz. Einen Bogen umgeführt übereinander. Gerne nehmt die Hände auf die Schultern. Und bewegt dich ein bisschen auf und ab. Streich dich auch hier ganz lieben. Hände voll und entspannen noch für zwei, drei Atemzüge. Und ganz langsam von hier aus. Löse die Masse nach hinten wieder auf. Nimmst die Füße auf die Matte. Rollst dich wieder langsam nach oben. In deinem Vierfüßlerstand. Gerne auf jeden Fall noch mal kurz strecken und trecken. Wie eine Katze sich kurz bewegen. Das tun, was für dich gerade gut ist. Bleib deine Katze Kuh für einen Moment. Und dann ganz langsam von hier aus. Komm wieder in Ruhe rein. Gerne die Waden über Kreuz. Kommst du dein Gesäß auf die Matte. Beine nach vorne ausstrengen. Und gerne auslockern. Beine ausschütteln. Und dann von hier aus. Bleibst du noch für einen Moment hier. Positionierst dich so, dass dein Gesäß entspannt auf dem Boden ist. Dass deine Füße aktiv sind. Die Oberschenkel sind aktiv. Zehenspitzen zeigen nach oben. Und wir kommen in unsere Pashimuta. Lassern in unsere tiefen Vorwärtsfolge. Nehmt du einen Arm und die Arm überweist. Und nach oben streckst. Und aus. Aber fall dem unteren Rücken aus. Beugst du dich nach vorne. Es würde jemand vorne an dir ziehen. Und du beugst dich, beugst dich, beugst dich. Und wenn sie nicht mehr weitergeht, lässt du deine Hände auf den Zehenspitzen, auf den Fußspannen, auf den Boden, da, wo du dich wohlfühlst. Atme ein. Brustrück leicht heben. Atme aus. Lass dich tiefer sinken. Nutz deine Beine als Hebel, dass du dich gleich nach vorne ziehen kannst. Atme ein. Brustkopf heben. Atme aus. Lass dich tiefer sinken. Bleib hier. Atme jetzt hier gerne drauf, dass deine Arme locker sind, dass du keinen Schmerz im unteren Rücken hast. Dass deine Beine, wenn es sich schmerzt, auf alle Fälle langsam die Knie anhebt. Ansonsten bleibst du hier in dieser Streckung und achtest darauf, dass du von dem unteren Rücken aus, den immer tiefer und tiefer sinken kannst. Bleib auch immer noch für zwei tiefe Atem zu. Und dann langsam von hier aus kommst du mit den nächsten Einatmen, gerade Rücken nach oben, streckst dich noch mal beim Bein und die Länge und du haust an und lockern lassen. Von hier aus kommst du langsam in unsere Liebeposition. Und gerne erst mal die Hände mit deinen Händen an die oberste Rückseite platzieren. Mit dem runden Rücken kommst du langsam auf den Boden. Über die Knöchel überkreuzt und Hände rechts und links neben deinem Körper. Und schenk dir eine kleine unteren Rückenmassage einmal in die eine Richtung, dann gerne in die andere. Mach dir hier gerne auch dass deine Wagen vollkommen locker entspannt in den Oberschenkeln hängen, dass du hier keine Anspannung hast, dass wirklich alles ganz locker ist. Und es ist nur so ein 50 Cent Stück, was du unter deinem unteren Rücken da bewegst und drehst. Und dann zu langsam von hier aus löse deine Schlechen auf. Wir kommen in Zug, dann mal zu den Drassen also unsere bliebenden Krokodilen. Machen wir damit dir selbst gerne einen kleinen Lopf zu der rechten Seite, beidem Knie zur linken. Gesetze sind wieder nach oben ausgerichtet oder zu deiner rechten Hand und verweilen sie für ein paar entspannte Atemzüge. Und auch hier achte gern drauf, dass beide Schultern nach und nach sich mit dir noch weiterer Ausatmung auf den Boden anschmiegen können. Gerne, wenn du magst, mit der linken Hand auf den Oberschenkel, deine rechten Oberschenkel außen Seite und drückst sanft dagegen, ganz minimal, damit auch hier leicht in diese Drehung dich hineinatmest. Viel wichtiger ist, dass du bei der Schultern auf dem Boden nach und nach abgibst. Anstatt mit Twist reinzunehmen, weil du befindest dich jetzt hier in einer wunderbaren Jink-Position. Nach dieser ganzen Anspannung möchtest du eine hohe Entspannung. Und du bleibst jetzt auch hier für zwei, drei Atemzüge. Keine, wenn du zu Hause bist auch noch. Mindestens für fünf Minuten. Je länger du bleibst, desto ruhiger wirkt sich das auf deinem vegetatives Nervensystem aus. Und dann zieh langsam von hier aus. Bringen wir mit der nächsten Einatmung weiter. Hier wieder zu dem Brustkorb machen. Klein noch von dem Gesell zu der linken Seite. Beide Knie zu der rechten Seite fallen lassen. Die Hände etwa wie Jesus Christ zu dem Leben hier ausgebreitet. Und auch hier blicken, indem du nach oben auskriegst oder zu deiner linken Hand. Mit der rechten Hand gehst du auf deine linke Oberschenkel-Außenseite und achtest hier drauf, dass du Atemzug für Atemzug beide Schultern immer mehr abgiebst in den Boden. Ruhiger und ruhiger wirst. Und spürst, dass du jetzt vollkommen loslassen kannst. Auf der Anspannung kommt jetzt die Entspannung und du verweist sie noch für einige Atemzug ganz im Leben bei dir. Und dann gerne komm wieder zurück in deinen Zifferblattkreis. Wir wollen aber den unteren Rücken hier entspannen, Knöcheln noch nur überkreuzen, die Hände entweder auf deinen Knien lassen oder ausgebreitet, so wie du magst, wie deine Version gern ist, wie du dich entspannen magst. Einmal nochmal den unteren Rücken massieren, wie du mir die eine Richtung drehst und dann gerne in die andere Richtung. Und dann von dir aus ganz langsam lass die Beine ausgleiten Richtung Matte und finde deinen Weg Richtung Shavasana. Und für Shavasana bitte ich dich, dass deine Füße leicht nach außen, rechts und links fallen, dass deine Hände neben deinem Körper ausbereitet sind. Deine Hand in den Flächen zeigen, eröffnet nach oben, schenkt dir Raum unter den Achseln, deine Arme, guck mir dein Oberkörper nicht. Atme jetzt nochmal tief ein, durch die Nase und ausatmet, lass alles los. Atme ein, wieder aus und spüre, wie du immer mehr und mehr zur Ruhe kommst und einfach mit dir verweilst. In deiner wohlverdienten Schlussentspannung, dein Shavasana, du einfach mit der Aufmerksamkeit auf eine Auflagekunde eingehst, spürst, wie dein hinterer Kopf sich auf den Boden ablegt, Schultern, Gesäß, Oberschenkel, Wagen, Fersen, Oberatmung und Atmung. Du spürst mit dir die weitere Ausatmung, dass du hier mal mehr und mehr auf den Boden atmen kannst. Verweite auch hier, jetzt mal für mehrere Minuten, genieße die wohlverdiente Ruhe. Den Gedanken kommen, dass sie einfach weiterziehen und bleib mit deiner Aufmerksamkeit einfach mit deiner Einatmung und deiner Ausatmung. Einmal ein und wieder aus. Langsam von hier aus. Bring deine Aufmerksamkeit wieder auf deine Bewegung, auf deine Matte. Gerne in den Einatmung, deine Arme um den Kopf und streck dich nochmal ausgiebig. Bewege deine Handgelenke, Fußgelenke, deine Zehenspitzen, Fingerspitzen und ausatmend bring deine Arme neben deinem Körper, stell die Füße auf, gerne umfass deine Oberschenkel und komm langsam in deine sitzende Bewegung. Finde deinen Weg, finde deine Aufrechte, Sitzhaltung, gerne in den Augen noch für einen Moment, geschlossen, bring deine Hände in Anjali Mudra vor deinen Brustkorb, Daumenklauen, du bist ganz sanft dein Brustbein. Verneig dich auch heute, mach mal bei ihr selber und bedanke dich auch heute, dass du dir Zeit genommen hast, hier Yoga zu praktizieren. Danke für dein Vertrauen. Namaste. Vielen Dank. Vielen Dank.